Sie sind hier, 28. Januar 2019, 20.49 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Patrick Kammerbauer zieht es in den hohen Norden, Urheberrecht, Getty Images, Holstein, Kiel rüstet sich für den Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga. Die Stürche holen Defensivspieler Patrick Kammerbauer vom Bundesligisten SC Freiburg. Zweitligist Holstein Kiel hat Patrick Kammerbauer, 21, vom Bundesligisten SC Freiburg verpflichtet. Beide Teams einigten sich zunächst auf ein bis zum 30. Juni 2020 laufendes Leihgeschäft, Kiel hat zudem eine Kaufoption für den Defensivspieler. Kammerbauer hatte in der Jugend für den 1. FC Nürnberg gespielt. Im Januar 2018 schloss er sich den Freiburgern an, bei denen er sich aber nicht entscheidend durchsetzte, twitter.com-holstein. Kiel, Status, 1.089.970.179.554.062.336 von Sportinformationsdienst Kiel, Status, 1.089.175 von Sportinformationsdienst